Asphalt-Thermo-Containers der Firma ATC für die Ausbesserung von Straßenbelegen. Durch das ständig rackende Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen wird der anfallende Reparaturbedarf unserer Straßenbelege und die Qualitätsanforderung an reparierte Fahrbahnen immer höher. Bisher waren die Mitarbeiter der Straßenbaukolonnen durch die herkömmlichen Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel das Verteilen des Mischgutes von Hand, starken physischen Belastungen ausgesetzt, was unter anderem hohe Ausfallzeiten verursachte. Durch den Einsatz neuester Arbeitstechniken wie dem von der Firma ATC gebauten beheizbaren Asphalt-Thermo-Container gehören diese außergewöhnlichen Belastungen der Vergangenheit an. Die einfache Bedienung des ATC-Containers beginnt bereits bei der Beladung an der Mischanlage. Ein Mitarbeiter ist in der Lage, den ATC-Container für die Beladung schnell vorzubereiten. Der vorgeheizte Container wird innen mit Trennmittel eingesprüht. Unter dem Silo wurde bisher das Mischgut einfach auf die Ladefläche eines LKW gekippt, was zu relativ schneller Auskühlung des Materials und damit zu sofortigem Qualitätsverlust führte. Beim Verladen des Mischguts in unseren auf ungefähr 170 Grad vorgeheizten ATC-Container gibt es keinen Qualitätsverlust durch Auskühlen des Materials. Die Asphalt-Thermo-Container bieten wir ihrem betrieblichen Bedarf entsprechend in vier Größen an. Zweieinhalb, fünf, siebeneinhalb oder zehn Tonnen. Der Transport der Maschine ist durch seine Bauart mit den unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen möglich. Hier wurde zum Beispiel ein ATC-Container, siebeneinhalb Tonnen, auf einem Tandemfahrzeug aufgebaut. Nach Beendigung der üblichen Vorbereitungsarbeiten ist der ATC-Container mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit. Durch die im Container eingebaute Förderschnecke wird das gleichbleibend heiße Material zum Auslauf transportiert. Hier wird das Mischgut über eine als Zubehör lieferbare externe Förderschnecke und über die serienmäßig mitgelieferte Schurre zielgerichtet und genau dosiert ausgebracht. Dadurch werden die manuellen Verteilarbeiten auf ein Minimum reduziert. Die einmal vor dem Befüllen eingestellte Temperatur wird den ganzen Tag oder auch nachts gleichmäßig gehalten. Mit der externen Förderschnecke erreichen sie auch Flächen neben ihrem Fahrzeug problemlos, wie zum Beispiel hier einen Kanalgraben. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ATC-Container ebenso schnell wieder abgerüstet, wie er aufgerüstet wurde. Eine allen Ansprüchen genügende Qualität der abgelieferten Arbeit ist durch den Einsatz des ATC-Containers kostengünstig gewährleistet. Heute sieht man den Asphalt-Thermocontainer in ganz Europa, überall dort im Einsatz, wo qualitativ hochwertige Arbeiten erwartet werden, insbesondere auch in kälteren Regionen, in denen das Mischgut durch die klimatischen Bedingungen sehr schnell auskühlt. Der Antrieb des Gerätes erfolgt mit einer eigenen, motorangetriebenen Hydraulikanlage oder über die vorhandene Hydraulikanlage ihres LKW. Die zuverlässige Funktion des tausendfach im Einsatz bewährten ATC-Containers ergibt sich durch seine gut durchdachte Technik. Die Beheizung des Gerätes übernehmen zwei thermoelektrisch gesteuerte Gasbrenner in den isolierten Brennerkammern. Der Austrag des Mischguts erfolgt mit der mittig eingebauten Förderschnecke. Durch die indirekte Beheizung des Mischgutes ist eine gleichbleibende Materialqualität gesichert und das bis zu 24 Stunden. Mit dem Einsatz des Asphalt-Thermocontainers haben Sie beim Asphalteinbau außer dem qualitativen Wettbewerbsvorsprung auch eine wesentliche Kostenersparnis durch erheblich kürzere Verarbeitungszeiten. Die Ausbringung über die Förderschnecke in Verbindung mit der Schurre sorgt dafür, dass das Material ohne zeitraubende Handarbeit in der benötigten Menge am gewünschten Ort eingebaut werden kann. Nach dem Verdichten mit der Walze ist die Temperatur des Mischgutes immer noch so hoch, dass die Wassertropfen der Walze auf dem heißen Asphalt tanzen. Diese Fläche von ca. 30 Quadratmetern ist in nur 18 Minuten mit lediglich drei Mitarbeitern eingebaut worden. Damit Sie sich von den Vorteilen eines Asphalt-Thermocontainers persönlich überzeugen können, kommen wir gerne von unserem Betrieb in Hessisch-Lichtenau bei Kassel mit einem Vorführgerät zu Ihnen. Wollen auch Sie solche Flickstellen rationell und kostensparend bearbeiten, sollten Sie sich für den Einsatz eines ATC-Containers entscheiden. Mit einem ATC-Container können diese Bilder auch in Ihrem Unternehmen bald der Vergangenheit angehören. Die Anschaffung einer zeitgemäßen Maschine dieser Art amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit durch höhere Qualität Ihrer Straßenreparatur und größere Effizienz des Arbeitsablaufes sowie geringere Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter bedingt durch Überlastung von Rücken und Schulter. Gleichzeitig kann die Straßenbausaison wesentlich verlängert werden und es fällt kein Abfall mehr an. Der Asphalt-Thermocontainer kann als Aufsatzgerät auf Ihrem vorhandenen LKW oder auf einem Tandemfahrzeug bzw. einem Laderost transportiert werden. Mit der als Zubehör lieferbaren hydraulischen Deckelklappenöffnung wird das Öffnen und Schließen der isolierten Deckelklappen kinderleit. Außerdem kann innerhalb weniger Minuten der ATC-Container durch den Tellerstreuer-Nachrustsatz auch zu einem Streugerät für Splitt, Salz oder anderem Streugut umgerüstet werden. Ein Anruf bei uns genügt und wir setzen uns zu Ihrem persönlichen Vorführtermin in Bewegung. Unser Betrieb befindet sich in hessisch-lichtenau bei Kassel, geografisch gesehen direkt in der Mitte Deutschlands. Untertitelung des ZDF für funk, 2017